Jo, wir sind wieder bei Tales of Xylia 2. Beim letzten Mal haben wir Elite-Monster besiegt. Das war, glaube ich, ob sie was wir gemacht haben. Und wir fangen jetzt mit Museys Geschichte an. Einer sehr interessanten Zeit-Quest. Das Geisterradio. Was uns Musey doch ein bisschen sehr viel näher bringt. Warum wolltest du mit mir über Luger sprechen? Ich dachte nur, wie süß du sahst. Oh mein, was ist eine Frau zu tun? Ich mag diese Frau. Old genug zu werden, sind wir? Was, wenn ich dich mit mir mit mir? Ich habe nie mit zwei Menschen zu tun. Sieht wie Spaß. Du bist lieblich. Enough mit deinen Teasen. Oh, Gaius. Ist das etwas das Problem? Es ist eine Sache, die ich muss wissen. Wie zurückgekehrt hast du in den Menschenrein? Ich weiß nicht. Wie hast du? Der Macht, um über Spacetime zu spazieren. Ich habe die Blade verloren, aber die Macht war mir zu Beginn. Wenn es nur ich alleine ist, kann ich mich immer wieder transportieren zwischen den Geist und den Menschenrein. Hey, Luger! Bailen! Hallo wieder, kleine Frau. Es ist immer so klein wie immer, ich sehe. Die Kinder nicht nur auf die Nacht. Ich dachte, die Wissenschaftler sind so smart. Oh, nicht so smart wie du, natürlich. Ich bin nur auf meinem Weg zurück, aus dem Le Forte Research Center. Ein von den Kollegen da ist, die sie zu unterscheiden, über die Menschenrein und Spirits. Du musst ihn helfen, wenn du eine Chance hast. Du bist eine Spirits, oder? Hm? Ich? Wenn seine Forschung überprüftet werden, Menschenrein und Spirits werden können, aus ihren eigenen Regeln. Ich hoffe, dass mein Freund Jude ziemlich glücklich ist. Ja, ja wirklich. Oh, du bist du mit meiner Haut? Sehr gut, ich werde dir helfen. Wirklich? Das ist großartig. Du bist ein bisschen intimidant, also habe ich Angst zu fragen. Aber jetzt bin ich glücklich, dass ich es getan habe. Geh, mit Nigel, auf dem Leforte Research Center. Er wird alles vorbereitet. Gut, Glückwunsch. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Er kann hier einfach hin porten. Sogar direkt davor. Ach, jetzt weiß ich wieder, wer der Nigel war. Ah, der komische Vogel. Wer ist? Entschuldigung, wo kann ich mich finden, Dr. Nigel? Ich bin nicht sicher, ob ich diese Informationen kann. Vielleicht kann ich dich überzeugen. Und, du weißt, ich bin irgendwie in der Mitte, zu recherchieren. Na, wenn du mir sagst, was ich will wissen, dann werde ich mich recherchieren, so lange wie du willst. Huh? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wie würdest du recherchieren? Let's starten hier. You humans are so naughty. Musée, please. It seems Dr. Nigel has gone to Arkland Quag to perform some field work. Von dem. Hm. Does Musée's behavior surprise you? Has she always been like this? No. She's much easier to get along with now. Diese Szene. So, zum Arkland sumpfen müssen wir die jetzt. Ah, ja, 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 ja. Musée, ne? Äh, wo ist er denn? Ah, okay. Andere Seite dann. Nehmen wir den Zugang. Es geht schneller. Pff. Ich sag ihm aber nichts dazu. Musée macht manchmal komische Sachen. So, ich glaub, wir sind schon da ganz dahinten. So, mein lieber Nigel. Ja, ich glaub mit der Aussage ein ganz komischer Vogel lage ich nicht ganz so falsch. Ich bin Nigel. Are you Nigel? The one and only. Why? What's with the get up? Hm? Oh, this. I'm trying to communicate with monsters. Looks cool, huh? Not at all. Well, I'm sure it gets the job done. Phelan asked me to help you with your research. Oh! Oh! Are you a spirit? Yes. Well, obviously. This is fantastic! And you're totally willing to cooperate? Are you sure? Is there some reason she shouldn't be? No, no, of course not. Forgive me. I'm just so thankful you're willing to cooperate with our research. I'll sit back to the Leforte Research Center and get everything ready. Come as soon as you can. Are you sure this is a good idea? We're certainly getting our exercise today, hm? Nigel Fellow is an odd one. Don't worry. He's got nothing on you. Das war aber sehr nett von dir, Gaius. Behold! The end result of all those years of research! The Spirit Chat Yakery Strap 2000! A bracelet? Not just any bracelet! I made it so I could chat with monsters! But it picks up the voices of spirits instead! Is this safe? So it's busted. Hey! Sometimes science is busted! You should remember that young lady! He just got cool all of a sudden! So, am I supposed to wear it on my wrist? No, not you! It's meant for humans, not spirits! Oh, really? Well, then why am I even here? When we contact the Spirit Realm, we'll need you to explain to them what's going on! We wouldn't want to tick them off! Hmm. Well, I guess that makes sense. Hmm. Hmm. I'll wear it. Hmm. I pray for your safety. Hmm. Anything happening, Luger? Can you hear any spirit voices? Oh, my! What's a girl to do? Mila will be so proud of me if this works! She'll absolutely love me! I plan on doing whatever it takes to make you look up to me as your big sister! Luger? What did the spirit say? Hmm! Hmm! I did hear something, but... What is that supposed to mean? Come on, did you actually hear voices or not? Nigel, explain what happened. Oh! I was afraid of this! Honestly, it's just a prototype! It still needs a lot of tweaks! Then you won't be needing us anymore! Come on, let's head back! Wait! There's one thing I forgot to tell you! Why didn't you just tell us that in the first place? If you try to remove the Spirit Chat Yakity Strap 2000, you'll die! Yeah! The bracelet will detach once the calculators run their course! So don't fight with it! That's a nasty device to be stuck with. I'm terribly sorry, Luger. This predicament is all my fault, I'm afraid. Yank the little gizmo off and he dies? No way! Regardless of who's to blame, I think we can all agree to abandon this foolhardy idea. Yeah. Yeah. Wie man jetzt gesehen hat, Luger kann jetzt Muses Gedanken hören. Oder sehen. Auf eine etwas komische Art und Weise. Und wir sehen das Ding auch an seinem Arm hier. Ja. Eh, wieder keine Katze. Dann halt noch mal. Es ist ein bisschen komisch. Ja. Kann ich mal ein bisschen näher dran. Ähm, da sieht man jetzt auch ganz gut. Okay. Dann auf nach Shandu. Zur zweiten Side-Quest. Mal gucken, von wem die denn ist. Wir stehen in Shandu rum. Rowan vielleicht? Sehen wir ja dann gleich. Jude! Jude, Jude, Jude. Eine Side-Quest noch mal. Deine dritte muss das sein, ne? Ja. Jude's Pflicht. Dann schauen wir doch mal. The aerial arena is as lively as ever. I just can't get excited about it though. This sort of thing has always been lost on me. Hm. It's just not your thing. To each his own, right? Nice to know you're not questioning my manliness or anything. Hm. Oh. Hm. 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 Don't answer. I don't care. You're taking it. It's actually kind of a big deal. There have been civilian casualties on everything. So go get them, tiger! And don't feel obligated to thank me for the hookup. Although, I wouldn't turn down flowers or a free lunch. Anyway, no time for that now. You need to get your bus to the Bari Hollow by like yesterday. Good luck! I'm guessing that was Nova. Mind if I tag along? Hm. Schade. The pleasure is all mine. Dugader. Such a Dugader. I'll lend you a hand. It's a lovely day to kill monsters. Huch. Ein schöner Tag zum Monster töten. Ach ja, die Sonne steht heute in einem richtigen Winkel. Äh, nehmen wir mal... Eeeh, Roan mit rein. Find ich aus mit den Freundschaften von allen. Eh, Gaius könnte noch ein bisschen gebrauchen. Komm spätestens bei der nächsten Quest mit ihm. Äh, auf zum Labari Castle. Und schauen wir uns auch mal an, was für Monster hier so böse sind. Wo sind die denn? Hm. 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 Das sehe ich jetzt spontan nicht. Dann gehe ich einfach weiter. Natürlich. Das muss es sein. Ich weiß nicht, ob du mal einen Liebesbrief schreibst. Nee, nee. Kein Problem. Ich weiß, es ist wichtig für dich. Du weißt, du bist wirklich ein schöner Typ. Hm? Ich meine, in dem Sinne, dass du es einfach natürlich beteiligt bist. Du verstehst immer, was ich versuche, zu sagen. Es ist wie, wir sind schon alte Freunde. Ja, ich weiß. Wie sollst du reagieren, wenn ich etwas so sagen würde? Sorry. Ich vergesse, dass ich nichts davon erwähnt habe. Ich weiß nicht, wie tief in Kumpel... Schau, jemand ist hier. Wir haben besser über die Monster warnen. Wir haben ihnen über die Monster gegründet. Wo denn? Okay. Worum hat jemanden gesehen, Jude? Suchen wir einfach. Irgendwann hat Jude jemanden gesehen. Okay. Wo auch immer. Hier ist auch nichts. Hm? Bin gerade ein bisschen verwirrt, was ich hier machen muss. Aber gut. Gleich auf der Brücke? Hättet ihr den von der anderen Brücke aus gesehen oder so? Hier sehe ich auch niemanden. Hm. Ich laufe auch mal nach ganz unten und gucke mal, ob ich da vielleicht was finde. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was ich denn das in der Mission nochmal machen muss. Ah, da. Ich meine, wer das da steht. Schade. Schade. Na, dann wollen wir mal. Hm, Feuer und Wind. Komm, Jude. Wir machen das. Oh, machen die viel Schaden. Oh, wir sind versteinert. Habe ich zum Beispiel Feuer oder Wind? Ja, wir haben Feuer. Okay. Machen wir es mal anders. Ich wollte es ja auf normale Art und Weise machen, aber die Dinger lassen mich ja gerade nicht so wirklich. Meine Güte, ich mache nicht gerade viel Schaden, ne? Bei mir einfach so viel. Wir haben einfach nur viel Leben. Wir haben auch noch mal ein bisschen runterschwächen. immerhin ein bisschen Schaden. Wow. Die halten echt einiges aus. Was haben die auch? Nee. Keine Wasserschwäche. Ah, cool. Das ist ja ein Magieschild von Rowan und ich werde trotzdem gefressen. Wo ist denn der Schwache? Wie ist der jetzt plötzlich der Schwächere? So, einfach draufhauen und es ist wenigstens einer schon mal kaputt. Au. Rowan. Ich glaube, wir haben zusammen keine Verbundattacken, aber immer wieder Jude. Hat er irgendwelche? Ja, hat er sogar. Ich glaube, wir haben zusammen die zwei, okay, passt. So, der wäre weg. Und den machen wir auch noch eben schnell weg. Hui, die hat er aber auch schön aus. Ja, das passt. Wow, 20.000 Erfahrungen. Schick. Ich kann dir nicht genug bedanken. Sie kamen aus keinem. Ich habe fast die Farm gekauft und ohne ein einziges Herzherb, um es zu zeigen. Habt ihr über tragisch. Du warst für Herzherben? Du bist in dem falschen Ort für das. Du bist besser, zu den Monn-Highlands zu suchen. Du bist schade. Du bist schade. Ich muss den falschen Weg aus Schandu. Kein Wunder, dass alles so unbefamilig war. Warte, ich weiß nicht, du? Du bist Dr. Jude Mathis, nicht du? Ja, das ist mir. Ich wusste es! Mein Mann ist in einem der Klinik-Triale von deinem neuen Spirite. Oh, ich hatte keine Ahnung. Bitte sag ihm, ich bin dankbar für seine Hilfe. Keine Ahnung, warum hast du die Triale geschlossen? Oh, das. Der Klinik-Triale war wirklich helfen, auch. Wir konnten es nicht glauben, wenn sie verraten, dass er es nicht benutzt hat. Mein Mann ist stark, er wird nicht ohne es. Aber wir sind sicherlich nicht glücklich mit der Situation. Wenn du dich verraten, etwas zu tun hast, ist es schwer zu zurückgehen, wissen Sie? Ah, also die Herzherben sind für dein Mann. Wenn du wirklich glücklichst für unsere Unterstützung hast, dann warum nicht nur uns benutzen den Klinik? Nichts würde mich glücklich machen, aber införtertlich, wir haben eine Defecte in den Klinik. Eine Defecte? Wenn es wird es verraten? Also... Keine Ahnung, ich muss immer die Herben für den Rest von meinem Leben fangen. Ich sehe deinen Punkt. See? Ich höre einfach zu diesem junger Mann. Ich bin wirklich sorry für die Ingenstände. Wir machen alles, was wir können, um die Geräte zu verbessern. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Zeit. Bitte, Sie bleiben mit uns? Na gut, ich denke, dass ich noch ein bisschen länger kann. Viele Leute sind auf dich, Dr. Mathis. Nicht uns nicht. Du warst eher politisch, als sie verdient. Nein, ich würde das nicht sagen. Ich würde das nicht sagen. Ihr Mann hat mich für meine Klinik. Und jetzt, ihre Leben ist mehr schwer, weil sie es. Und das ist ein Grund genug, um zu grovel? Sie hat nicht zu sein, dass sie so dumm. Jetzt, die Worten sind alles, was ich noch zu geben. Auf jeden Fall, wir haben einen Weg. Ich kann nicht mehr Zeit spüren. Wenn ich nur noch einen Celsius finde, ich denke, dass ich eine Chance auf die Antwort habe. Ich muss zurückkommen, und die Info einfach mal wiederholen. Ich kann es nicht mehr geben. Ich kann es nicht mehr geben. Hey, nicht zurück! Na gut! Ja. Na gut, ich kann es nicht mehr machen. gehen muss noch mal kurz gucken wo wir noch mal waren da können wir beim nächsten mal direkt beide angehen und das geld was wir durch die beiden monster bekommen haben auch genug um die schulden zurückzuzahlen ja genau die kann ich noch nicht machen weil ich dafür selber abzeichen brauchen dafür vorbeugt das ist über marke und meine güte auch einiges sein geld und punkten und die beiden kann ich auch noch abgeben ganz vergessen so in der veganer mine und auf dem katamal gipfel kurz davor noch kurz gucken ich überlege mir einfach gleich auf dem weg dann mitnehmen und dann ich würde schon fast sagen wir sind gleich einfach in der veganer mine kurz vor dem boss ja also dann das ist was von dieser folge danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao